Es ist zu erwarten, dass dieses Turmkreuz länger hält als sein Vorgängerkreuz. Es weist uns auf die Überwindung des Todes durch Jesus Christus hin, auf Gott ausrichten. Daher wollen wir beten. Gott des Lebens, du hast uns im Kreuz. Lass uns immer neu auf das Kreuz schauen. Lass uns der Schluss des Herrn, bleib die Witte stehen. Die Pläne seines Herzens über deinen Querbalken haben. Ich kann sie daher nur symbolisch steuern. Der Querbalken weist uns ja hin auf unsere Beziehung zum Nächsten, der Längsbalken auf die Beziehung zu Gott. Und dass wir zwei Querbalken haben, sagt uns, dass das halt besonders wichtig ist. Und dass einer länger und einer kürzer ist, dass wir einfach den Nächsten in der Nähe sehen sollen, aber eben auch den Nächsten in der Ferne. So wie wir das jetzt auch tun, wenn wir die Einladung zum heutigen Fest. Eine Pfarrstatistik, das Gebet zum Heiligen Fitus, ein Ortsplan von Kade. Diese Antiphon aus dem Gotteslob war das Motto der Pfarrmission im Jahre 1997. Eine Pfarrgebäude... Gratzdorf Vielen Dank. 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 Vielen Dank.